Ja, was? Neues? Äh, ich hab noch kein Aufbau gesehen. Auch ja. Ach, Stockräume und Bern. Ohne und schnelle Vorteile geschienen. Äh. Hast du noch was nach Bern? Kannst du gucken? Ja, ich gucke. Wohin? Wo war was weiter hin? Bern und Stockräume. Stockräume und Bern. Hm. Ich aktualisier mal eben. Also, Erzone sah schlecht aus. Bei beiden. Hm, sieht glaub ich sehr schlecht aus. Was ist bei dir mit Schnellaufträgen? Äh, frag mal. Ähm. Hat sich bei mir erledigt. Was denn? Hast du Oslo? Hast du auch genug? Oslo hätte ich ja. Glaub von. Oslo hast du ja. Äh, ich gucke, warte. Oslo habe ich ja. Welche selten waren ich noch mal? Äh, fünfte 1, 2, 3, 4, 5, ja. Gut, äh, Limba, ja. Ja. Einnehmen? Ja, hab ich. Gut. Erstmals Verkäumung und Verkäumung noch offen. Yes, Bernd. Äh, warum? Warum sagt er nichts? Warum spricht er denn mit Englisch? Gegen mir? Ja. Hat er mit mir mit dir Englisch gesprochen? Wieso nicht? Wir sollen mir jetzt hier nicht mit Franz Sprachen anfangen oder so? Oh Mensch, hat die Klappe lang. Was? Wir sind gerade durcheinander. Warum? Ich hab das gemacht. Das ist angekoppelt. Echt? Du hast dich verkoppelt? Ja. Auch dich verkoppelt. Weil... Das hat ein paar Stunden dauern, ja. Ich fühl ihn nicht. Weil... Pfff! Kannst du nicht so lässt, wenn auch wieder nach? Pfff! Der warf doch! Von jetzt so! Ich kenne das Ding wieder nicht angekoppelt, ja. Wohin ich mittig gefahren bin. So, jetzt glaube ich. Du fährst in die Werkstatt? Das war jetzt da, wo die ganzen Leute stehen. Wo stehen die denn, die waren eben weg? Da, bei Werkstatt. Ah, ja doch, Werkstatt war ich noch. Die größte Werkstatt, wo ich schiebe gerade aus. Was? Da fährt bestimmt noch raus, Eddy. Da fährt bestimmt noch raus, Eddy. Gründer? Ich weiß nicht, ob ich drauf fahren? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee, komm mal rein. Komm mal rein. Komm mal rein. Sicherheitshalber, komm mal rein. Besser ist, besser. Ist nur irgendwie so. Mal wesentlich was die jetzt noch vorne haben. Weil der erste Rad wieder in einer loszufahren. So, als erster wollten sie nach Stockholm, ja? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob er so wie ich jetzt bin. Ich weiß nicht, ob er das erst genannt hat. Ich weiß nicht, ob er von wie ist. Ich hab keine Ahnung. Stockholm, wo ist Stockholm? Und den hat wir ja anwollten sollen. Ach, 1,8. Uff, sind ja noch mal 500.000 Kilometer. Das sind insgesamt 1.891 Kilometer. Hä? Wie fährst du denn? Ich hab 9.03. Was? Ich hab 9.03. Ja, du musst erst mal nach Stockholm fahren? Ja, hab ich angeklickt. Ja, und dennoch nach Bern fahren. Ja. Wie fährst denn du? Also ich hab 1.891. 445. Ach, 949 habe ich. Ich hab' ich. Da geh's ohne. Da ist ja, wo es so ein Provisor, oder? Ja. Da bin ich noch der lang fahren. Weil man den Lob der lang fahren. Das war eigentlich schon? Sind das unsere? Ja. So. Wie geht aussieht? Wunder? Und da war dann schädigt wie? Und aber da war dann schädigt wie? Ja, das ist schon. Ja. So. Wie geht es? also kommen wir an die wisse tanken ich wisse tanken ich hole nicht mehr an also hier ist nie wo doch hinten bei der garage ansonsten auf dem weg ist eine wenn wir denn darf lang fahren bei nordic wo ist die garage noch mal entweder hier in calmer müssen einmal hochfahren also hier raus dann immer geradeaus ganz auf der oder halt auf dem weg denn die oder so links sagen wo dann Nee, wir müssen rechts hätten wir fahren müssen, aber das ist egal, dann kannst du sicher auch. Jetzt hier rum und dann geradeaus. Ich weiß nicht, dass die Tunk hier ist, aber was ist das? Ja. Ich meine, das ist ein VIP-Diräten-Lindler, oder? Ich muss bloß schnell erweitern, dass ich tanken kann. Ok. Ich brauche nicht, warum ich diese Tankstelle erweitert habe. Oh, keine Ahnung. Was? Game Crash, warum? Zu viel los? Ja, komm rein. Komm rein, ich will dir was sagen. Ja. Bist du voll? Ich bin voll, das ist Oberkant. Ja, was heißt ich das? Muss warten auf dich? Was? Ich muss warten auf dich, wa? Warum? Oder wo bist du? Ich bin in Werkstatt. Bist du Werkstatt? Bist du Werkstatt? Ja. 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 Dann kommen die wieder zurück. Ich hoffe, die haben vor, hier zu fahren. Dann kommt noch einer, dann noch der andere, der bei dir steht und dann fahre ich. Ja. 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 Ja, so wie gesagt, er fährt als letztes. Okay. Okay. Was denn? Ja. Ja, der hier vor mir altert das sah gerade aus. Was? Der hat fast umgegelt. Ja, ja. Der. Der vor mir war gerade. Ja, aber ja. Ich hoffe, die wissen Bescheid aus, weil Franzos 9 Das war's? Das war, wo es 9000 könnte Achso, das weiß ich nicht Eigentlich sind wir wieder, das muss noch Wir, unsere Firma und noch irgendein anderer ist noch da Ja Yes Das war's combined Was ist da? halten die meinen roten Armpeln jetzt, oder? mhm immer? anscheinend nicht, die anderen haben sie immer überfahren alter, sind sie jetzt großartig? warum? VKT, VKT, ich weiß nicht ob die anderen dabei sind, aber also, ich guck mal, wir sind jetzt mal mit einem VKT ja jetzt da an? ja mach der hinter mir aber auch nicht, Chef und ähm Chef 2 aber was ist denn eine gute Beschleunigung? hey, ich kann nicht fahren oh, der hat der Ding wieder ausgefaltet ich kann wieder nicht fahren der hat meine Kontrolle wieder ausgeschaltet kann nicht wahr sein ja, der hat eine Kontrolle ausgefaltet, ich fahr mit der Zettur jetzt musst du aber hinterher kommen jetzt musst du aber hinterher kommen von meiner Dinger ist ausgeschaltet kann ich die jetzt selber nehmen jetzt ist es wieder an aber die werden langsamer was ist das denn für ein Schwein? da geht's einfach aus, als ich hab den Stecker doch immer drin im Akku damit der eben nicht ausgeht sehr merkwürdig ich hoffe du hast viel Spaß mit ihm ja, also wir amusieren uns hier, also richtig ja ja yes, Sir hehehe ich geh nicht auf dem Deckel ich kann hier grad nicht schreien, weil ich hier grad in der Kurve bin tut mir leid da musst du ihm antworten ja, wie denn? kann ich grad nicht, ich fahr ja grad in der Kurve ich kann, ich hab keine ich kann mit der Nase jetzt hier auf äh ja? häh hast du ihm vor, wo du willst? habe ich ich tue doch nichts, ne? wir sprechen, oder? stell doch, hast du äh externe oder interne Aufträge? wir haben externe Tja, jetzt müssen wir sich einstellen, dass wir bloß 90 machen wir müssen sich nicht mehr diskutieren wir müssen sich nicht mehr diskutieren ich weiß jetzt nicht eher nur, äh ihr könnt, die Jungs, könnt dann nicht noch weiterfahren was? ne kurz noch gleich, sonst ne wir haben Kino, das wird euch zu fahren ja das geht mal gar nicht aber wir haben es ja mit der Frachtmacht geschafft, dass alle in die Rechte Städte fahren in zweifel viele Städte aber Eike müsste schon ne Bescheid wissen ich hab übrigens das ja gesagt ihr habt ja, weiß er ja auch weil die anderen haben das ja auch externe kann man nicht erzählen, dass äh die in dem Frachtmarkt gefunden haben, dass 3 Leute irgendwie nach Bergen und 3 nach Stockholm fahren das haben sie ja niemals gefunden bei dem Frachtenmarkt, von daher fahren die auch externe ich hab wohl schon ne Bescheid gesagt ihr habt ich hab ihm ja gesagt, dass wir nur auf externe fahren wir fahren keine normale Frachten fahren nur externe ja, machen die anderen ja auch ja aber wir würden mich interessieren, warum der jetzt ausgegangen war geht wieder? ja hat jemand ausgesolte mit ihm in der Fracht 20 Stunden Trennung hä? 24 Stunden Trennung ja der Kontroller will auch nicht mehr alles gibt den Geist auf mir aber du hast wirklich viele Probleme damit, ja? ja, also das ist nämlich sehr merkwürdig wer's auch die Fracht liegt also, ich hab da nie Probleme mit jetzt überhaupt keine Probleme ich hab da so viel Probleme ich hab da so viel Probleme glückwunsch glückwunsch die hat hier ne Macke die suchen noch Fahrer na dann such die mal ja ich ne, das hab ich ja schon erzählt der Fahrer hat sehr gefragt, ob er dann vielleicht so gesagt das muss sein Name irgendwie ihr Name aber denn unser ja aber wir's halt machen müssen uns ja abkürzen irgendwie ja, ne nicht so ditte dann müssen wir auch äh 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 ne 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 Was? Ja, wo rollt'n hier Schiff jetzt grad hin? Schiff, brauner da, brauner! Schiff, drei? Hm. Hey, Bock mehr auf Hartz 4. Ja, was ist denn da mit Krisen? Quatsch. Als ob du dafür Geld bekommen würdest. Als ob du dafür Geld bekommen würdest. Das wäre ja was. Kannst ja auf die Homepage gehen. Wenn du hier fahren würdest, ja, war kein Euro oder was. Hm. Wollde ich 0,01 Cent oder so. Ich sag' aber auch nix mehr, irgendwie, ne? Hm. Da wird dann bestimmt auch gut am Visikutschein. Da kann ich aber freuen sich. Sehr kommunikative Gruppe. Ja, naja. Wenn wir jetzt da bei die MTS sind, wird man ja merkbar zu sehen. Ja. Lassen wir sie jetzt selber sehen. Ja, vorhin hätte ich ja jetzt... Jetzt sind die Gruppe, die wär ja nicht schlecht. Ja, also. Guckt mal nicht, dass die da sich gegen eine Hand schreien oder... Ja, gut, jetzt. Ja. Wir wissen nicht, was das da für Leute sind. Imbus Imi, der war halt ziemlich ruhig gewesen. Ja gut, Plappa machen wir aber auch nicht. Hä? Wir weigen uns auch nur 400 Kilometer lang an. Wie, Bene? Ja. Ja. Ja, weil du ja nie mit mir redest. Ja. Was soll ich auch sagen? Ja. Ja. Kannst du gerne machen, ne? Aber von mir nicht. Ich kann mir nicht klar machen. Ich kann mir nicht so in Ordnung. Ne. Ich brauch nie das Gruppe. Wenn du mit mir selber unterhalten möcht' ich nicht gerne. Ja, wenn du unterhalten willst, können wir gerne machen. Aber einfach nur so blabbern war ich nicht. Nein. 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 Ja. Ja. Tobi hat ne Mücke gestoffen. Nächste links runter. Ui. Äh. Pff. Ne, ich will grad aus. Ich möchte grad aus, bitte. Was? Nächste links runter. Wirklich. Nächste. He. Na gut. Ach. Rumpel. Er merkt. Ich wösch' dir heute voll Problem aus. Rumpel. Ich hab' keine Probleme eigentlich. Also ich kann die Bremden auch wenn du die achten soll. Ja, gut. Ich muss die Bremden doch ein bisschen höher machen. ein bisschen er hat sie ja damals runtergestellt aber dass wir das eingestellt haben hier das ding ja die haben aber jetzt verschleicht reingenommen was verschleicht haben sie irgendwie reingenommen echt ja und was haben wir da halt da war die lesen ja musst du mal gucken bei tsm ja aber das ist ja der motto ich werde ich lustig wenn wir mit reifen so was noch müssen was kommen würde so wenn man die reifen wechseln muss nach keine annung 3.000 km das haben wir denn die worauf ist er gut bei dir? ähm moment zu kurz vor 0 11 Uhr vor 0 1 1 1 3 3 4 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 4 4 3 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 6 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 10 11 10 11 11 12 12 12 13 15 15 Ich kann das mal sehen, wer da hinten schreibt, wenn er da hinten ist. die leute die von hinten an hier rauskommt dafür ist es ja jeder der will aber auch kuffeln ja mit der externe auftrag der hat ja normalen auftrag der kann ja so lange verlangen was machen die denn da schon wieder sind ok der richtigen fahrer hier oder der wird aber auch abenteuerlich ja der da ins vorne ja da kriegt ein bisschen angst vor das ist alles gut ja 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 es ist ja 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 die die beste der Warnerschein und b das ist ein der was wenn die Werte gefahren werden ich habe den Ende des Abbaums da aber ich glaube das Tragen und Lechen hätten verkommen l-last, l-last-draken heißt er echt? ja warum hab ich denn l-last ganz weit? l-ast heißt er, l-last nicht doch l-last-draken l-last-draken, l-last-draken, kennst du dich? nein aber du irgendwie in der internetverbindung irgendwie ja, ich verstehe mir jetzt noch du kannst doch vermogen, du stehst mir eine kabel ja, die kabel hat ihn jetzt vielleicht, ähm, erweckt dann ruhig schneller fahren, also ich fahre 90 ja, ich mölle aber sicherheitsabstand haben sonst muss ich nicht wieder Vollräumsung machen wenn du mich meintest nee, ich freu mir die langsam unterwegs ich habe gedacht, die Farbe sieht irgendwo im Raum hier mit und dann frag mal, Koba kannst du dir mal das angucken, was ich jetzt noch in die Matte habe also, ja, kurz noch und dann, ja ja, aber wir fahren ja schon ins Wittenbauer, aber was mir wundert, das Link hat mir nicht angeschrieben hat dich angeschrieben? nee, hat mich nicht angeschrieben was, haben wir ihn verärgert jetzt haben wir alle vertrieben da fahren die jetzt nur 80 oder fahren die jetzt nur 90? die fahren gar nichts weder noch so, jetzt nehmen die wieder Jas ja, fallen nach Gefühl verdammt 찾아 aber die macht ja wie öf adviserin Cooper würfeln erstmal darButter aufsich schneller fahren dürfen und oder wie bei addon diese Muschel da diese Fragen w 될m fahr mal hier geradeaus ja, ne Ja Boah, jetzt schießt ihr doch erstmal nach Stockholm Okay Wieso kann man Netze hier nicht einfach mal konstant reinziehen fahren Warum Jetzt wüs ich nicht, weil guck mal Eigentlich könntest du da so schön jetzt konstant hier schön 90 lang immer auf der Autobahn Ja oder 80 oder wie auch immer, weil zumindest ein Tempo Aber nein, die sind sind auch unzusch... Mann Meine Fresse Bist du auch wieder wach jetzt da? Ja Ja Na toll, wo soll ich hin Na was habt ihr denn für Fahrzeuge? Na was habt ihr denn für Fahrzeuge? Ja 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 die homepage drauf attention 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 das wird wie die hier vorne ich weiß nicht ich will meine pilen nehmen wollen ich hätte ja kein lust mehr ich will jetzt von der Hand in Hand hierheranerreding stellen und angucken was sie los ist ja was denn sitzt hier jetzt hat er auch gegeben siehst du ich muss man direkt um es wird hier raus wer sagte ich die 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 um und oder man bringt gar nicht oder man bringt gar nicht am hinterteil der welt weiter geht es nicht und ohne anders als ich nie war früher ich hoffe ich pass mal alle drauf ist da nur kollision? ist aber lustig jetzt ich bin auch noch drauf ich hab Angst ich sehe nichts das ist vollkommen aber was ist vollkommen naja? was denn? dass er jetzt weitergefahren hat hallo? aber der eine muss ja noch anhängen der ist ja noch gar nicht lass auf ihn warten ja auf david die der muss auch noch anhängen ja und janik noch einmal muss vor allem noch abgeben ja wie sieht das aus? ich weiß es nicht aber du kannst schon mal genau so fahren wie ich ja ist das noch nur Kohäsion? weil sonst hab ich Angst wo steht er denn? ich weiß nicht wo er steht ich hab Angst Fassungs centrum 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 10 Was haben wir denn? Haben wir den Einer oder Druck gelassen? Du, wenn die fahren, dann fahren wir oben oder nicht? Ja, aber ist doch blöd Ja... Wie ist Unifatet überhaupt hier für ne Firma jetzt? Also... Such dir halt auch noch einiges zu da fahren Für eben der Last Dragon, da riecht niemand auf den Haaren, also... Der soll mal in seine katholische Schnauze mal woanders ranziehen So war kann ich ja richtig eigentlich machen Ja, wir fahren heute sowieso wieder weg, ich versteh's nicht, warum... Warum lassen die den jetzt da? Ich wisst, ohne Weil der hat ja den Anhänger geholt, der hat ja da neu... Ja... Prima, zählst du das, ich weiß doch, wie hat der Anhänger geholt hier nicht, also... Ich fahr jetzt einfach... Ich fahr jetzt wieder Ja... Ja, Yannick ist ja noch hinter dir, der ist ja auch mit dabei Die haben aber auch nicht mal Plakate drauf, wir werden hier einfach richtig fahren Wir fährst denn grad aus? Wir fährst denn grad aus? Wir fährst denn grad aus durchgefahren Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen Hallöchen, Hallöchen Hi, Titai Wir sind runtergefahren Ich fahr auch einfach mal Was? Sind's da? Sind's denn da? Sind's denn da? Da ist ein Fakulti, John? Ja... F- Ich hab doch gesagt, ich komm runter. Also kann ich doch jetzt für nix, ja? Nee, kann doch nix. Ich hab ne Planung, oder das? Hätt' ja sagen können, dass wir aber in die Stadt reinfahren wollen, oder so. So ein bisschen weiß, was man tut. Ich hab nicht denen wollen, oder so. 論ab Polen, Petans. Bethans,lungen an und�� nachdach, Bevor Favorvattiple frust해요. Bevor Sie ein, warum du укrasen kannst? Steine dolten! der antwort deine antwort wie meine antwort willst du oder willst du nicht was denn wir haben noch würde noch aber wir sind nicht mehr so weiter hier mit ja oder wir sind damit ja und dann noch super hier jetzt nehmen wir einfach nur desto ruhiger ist das was er ist der ruhiger in der gruppe so ein punkt hier raus machen hier raus dann wollen bergen ja 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 das ist aber ganz am ende so ich habe jetzt kein bock der jetzt noch mit die letzte halbe stunde dafür die letzte halbe stunde dann wieder die klasse von die ganze doch wenn wir jetzt noch eine form bestoffen